Und da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 876. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich kann euch sagen, manchmal helfen einfach Zufälle weiter. Ich war heute mit einem Freund an der Alster Grillen, allerdings an einer Stelle, an der wir sonst eigentlich nie sind. Wir gehen immer zu einem Plätzchen, das nennt sich schöne Aussicht und heute haben wir uns auf der gegenüberliegenden Seite mal zum Grillen hingesetzt und da gibt es Ratten. Wir hatten alle, oder nicht wir, sondern alle drumherum, hatten so ein bisschen damit zu kämpfen, vor allen Dingen die Damen sind da ja immer ein bisschen schreckhaft, wenn da so eine Ratte rumläuft und waren immer nur am hochspringen und was schmeißen, damit die Viecher wieder verschwinden. Und komischerweise, um uns herum, da gab es keine Ratten, eigentlich mehr oder weniger um unsere Sitzdecke herum und ich glaube, es liegt einfach an unserer Fackel, die wir dabei hatten. Die anderen, die hatten nämlich nur ihren Grill und irgendwann wurde es dann dunkel und dann haben sich die Ratten so rausgetraut. Und wir hatten da eine dicke, fette Fackel, die vor sich hin brannte und das hat die Viecher wahrscheinlich auf Abstand gehalten, denn wir haben die zwar gesehen, wie sie die Nachbarn nicht attackiert haben, aber belästigt haben und bei uns war Ruhe. Und wir hatten eine richtig coole Fackel, denn es gibt bei Fackeln riesige Unterschiede. Ihr kennt vielleicht diese bunten Dinger, diese bunten Fackeln, meistens im Dreierpack zu kaufen, da ist eine rote, eine gelbe und eine blaue drin und die sind aus Papier gewickelt. Diese Dinger, die brennen zum einen natürlich sehr schnell runter und sind noch nicht ganz so stabil, weil die an einem hauchdünnen Holzstäbchen befestigt sind. Wahrscheinlich made in China oder China, um es korrekt auszusprechen oder made in Indonesia oder sonst wo am Ende der Welt. Wir hatten, zufällig hat mir ein Kumpel diese Dinger neulich geschenkt, made in Germany Fackeln und zwar richtig massive Teile, die mit einem Wachstuch getränkt umwickelt sind, also überhaupt nicht aus Papier, sondern in Baumwollgewebe, was da drunter die Basis bildet mit einem richtig dicken Holzstecken und zwar mit einem abgesägten Besenstiel. Die werden tatsächlich so produziert, sind natürlich ein bisschen teurer als der Billigschrott aus Fernost, aber dafür brennen sie auch wesentlich länger, machen eine viel stärkere Flamme und sie haben uns die Ratten heute vom Leib gehalten. Solche Fackeln gibt es übrigens nicht im Supermarkt an der Kasse, da wo die einfachen Dinge rumstehen, sondern vor allen Dingen in Gartenbaumärkten. Also wenn ihr mal, und vor allen Dingen dann nicht bei diesen Billigheimern, sondern bei richtig guten Gartenbaumärkten, da solltet ihr euch mal umschauen. Sie sind nicht viel teurer, so eine Fackel, die kostet 1,70 Euro, bei den anderen kosten drei Stück 99 Cent, aber diese Ausgabe lohnt sich, vor allen Dingen, wenn man an einem Gewässer grillt und eben die Rattenplage nicht allzu weit ist. Aber das wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen, sondern ich habe ja neulich hier bei mir ein bisschen aufgeräumt und habe so alte Sachen, die ich vielleicht bei Ebay reinsetzen möchte, sortiert und unter anderem war da meine alte Kamera dabei. Eine Spiegelreflexkamera von Canon und da habe ich gesehen, da ist ja noch ein Film drin und es waren noch sechs Fotos, die ich machen konnte und ich wusste nicht, wie lange dieser Film da schon drin ist, weil ich schon seit Jahren digital fotografiere. Jetzt habe ich den Film da rausgespult, zurückgespult und entnommen und habe den weggeschickt. Ich hatte hier noch so eine Tüte rumliegen von Pixelnet, das ist einfach ein Umschlag, da steckt man seine Filmpatrone rein, schmeißt sie in den nächsten Briefkasten und ein paar Tage später hat man Post und zwar von Pixelnet und darin befinden sich dann die Bilder oder eine CD. Ich habe mir das auf CD brennen lassen, damit ich sie in den Computer besser einspielen kann und ihr glaubt es nicht. Dieser Film, der da drin lag, war älter als der Nachtzug nach Hamburg. Aus dem Jahr 2004 sind da noch Bilder drauf gewesen, die ich mir jetzt hier schon zum, ich weiß nicht wievielten Mal angeschaut habe. Lustige Erinnerungen, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich von bestimmten Sachen noch Bilder habe. Da habe ich immer gedacht, ach schade, von der und der Party oder von dem und dem Treffen hast du gar keine Fotos gemacht. Hatte ich doch und zwar auf diesem Film und jetzt sind die 36 Bilder meine. Ist richtig cool, vielleicht schaut ihr euch bei euch zu Hause auch mal um, ob ihr noch irgendwo einen alten Fotoapparat findet, wo noch ein Film drin liegt. Ich kann euch sagen, den entwickeln zu lassen, das verspricht auf jeden Fall überraschende Bilder, weil man weiß im Regelfall nicht mehr, was man vor vier, fünf Jahren mal fotografiert hat. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass der Film so lange hält von der Haltbarkeit her, dass man das Ding noch entwickeln konnte und da tatsächlich noch was drauf war. Wahrscheinlich hält so ein Film länger als so mancher Speicherchip einer Digitalkamera. Aber wer weiß das schon genau. Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Ich hoffe, ihr findet noch alte Filme bei euch in irgendwelchen alten Fotoapparaten und habt Spaß mit den Bildern. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Raiko Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Ist was da? Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was, Talk? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.